Aber das sollte er. Wenn Jungs mehr Mädchenzeug machten, dann würden Mädchen auch mehr Jungszeug machen. Weißt du was, Trixie? Das ist eine sehr gute Idee. Komm mit! Wohin gehen wir? Dahin, wo Mädchen sonst nie hingehen. Mädchen! Willst du einen Frosch? Eklig! Cool! Nein! Warte! Ich tu das alles zu deinem Wohl. Hör auf, dich zu wehren! Lauf! Ich weiß nicht, was diese Mädchen vorhaben, aber hier drin sind wir sicher. Findest du nicht, dass du überreagierst? Sieh mal. Jungs mögen Comics, Mädchen mögen Puppen. Jungs mögen Videospiele, Mädchen mögen Make-up. Wir sind anders. Darum benutzen wir auch verschiedene Toiletten. Ähm, bin ich am falschen Ort? Ah, nichts ist mehr so, wie es mal war! Frosch? War ein schöner Nachmittag mit dir. Weißt du, die ganze Woche über haben mich die Leute gefragt, welchen Geburtstagswunsch ich hab. Und du hast ihn mir erfüllt. Im Ernst? Du wurdest meine Freundin, die mich so mag, wie ich bin. Das ist wirklich dein einziger Wunsch? Eine Freundin? Ja, jemand, der sich nicht fürchtet zu sagen, hey, ich steh auf Küsschen, Küsschen, Kuschel, Kuschel und Schädelquetscher. Wenn du ein Junge wärst, würd ich sofort mit dir gehen. Wir sehen uns auf meiner Party. Ciao! Worauf du dich verlassen kannst. Okay, jetzt wird gefeiert. Ich wünschte, ich wäre wieder ein Junge. Na, und was ist mit uns? Sollen wir nicht auch wieder tauschen? Bla, 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 bla! Herzlichen Glückwunsch, Trixi! Danke! Ähm, wer sind die? Voll uninteressant. Richtig. Siehste, ich wusste, dass Brennholz das beste Geschenk ist. Ist sie da? Haben sie nachgesehen? Tut mir leid, das sind alle Gäste, Miss Tang. Auf dieser Party ist niemand namens Samantha. Herzlichen Glückwunsch, Trixi! Timmy! Und wo ist dein Geschenk? Ich hab ein besonderes Geschenk für sie. Etwas, das man nicht in Geschenkpapier einwickeln kann. Vielleicht ein ekliger Virus? Oder ein Geist? Nein, viel besser als ein ekliger Virus oder ein Geist. Trixi! Also, ich möchte dir sagen, ich mag dich so, wie du bist. Bla, 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 bla. Und nicht in der Rolle, die man von dir erwartet. Ein Freund will ich sein. Jemand, der sich nicht fürchtet zu sagen, hey, ich steh auf Küsschen, Küsschen, Kuschel, Kuschel und Schädelquetscher. Oh, mir wird ganz anders. Das ist ja so süß. Aber, ähm, dafür habe ich meine Freundinnen. Sicherheitsdienst? Hä? Ciao, Timmy Turner. Hey, du hast dich an meine Narben erinnert! Sagte ich nicht, sie will ein Geschenk.